Du hast dich immer schon gefragt, warum ist Rauchen so gefährlich? Die Hauptbestandteile einer Zigarette sind Nikotin, Teer, Kohlenmonoxid. Während das Nikotin der Stoff ist, der abhängig macht, sind im Zigarettenrauch außerdem noch mehr als 4000 Chemikalien enthalten, von denen viele zu gesundheitlichen Schäden führen können. Wie zum Beispiel Raucherhusten, Lungenkrebs, Herzinfarkt oder Impotenz. Täglich sterben 331 Menschen an den Folgen des Rauchens. Wer mit dem Rauchen aufhört, erfährt zu einer höheren Lebenserwartung viele weitere positive Effekte. Willst du mehr erfahren? Unsere Experten beantworten hier die am häufigsten gestellten Fragen zum Thema Rauchstopp. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.